Menschen, bewahrt euch den Frieden, sonst ist es mit euch vorbei, vorbei. Friede kann überall wohnen, denn nur unser Herz ist dabei. Friede kann überall wohnen, denn nur unser Herz ist dabei. Friede kann überall wohnen, denn nur unser Herz ist dabei. Wenn jeder eine Blume pflanzte, jeder Mensch auf dieser Welt und anstatt zu schießen, tanzte und mit Lächeln zahlte statt mit Geld, wär's noch lang kein Paradies. Bloß die Menschenzeit hat angefangen, die in Streit und Krieg uns beinahe ist vergangen. Ein Tag des Gedenkens an die Verstorbenen, ein Tag der Mahnen an die Leben. Rechtseidig zu erkennen, wenn Menschen unterdrückt und Menschenrechte missachtet werden. Albert Einstein regnet den Satz, die Welt ist nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. Wir können den Frieden nur bewahren, wenn wir aktiv für ihn eintreten. Das Gute wird zum Glück tief und nachhaltig in unsere Gesellschaft hinein. Dazu tragen wir, wie wir hier versammelt sind, heute alle gemeinsam bei. Und dafür danke ich Ihnen, dass Sie gekommen sind. Das Gute wird zum Glück tief und nachhaltig in unsere Gesellschaft hinein. Das Gute wird zum Glück tief und nachhaltig in unsere Gesellschaft hinein.